So, hier sind wir jetzt im Westin in Dubai, in einem Standardzimmer mit über 50 Quadratmetern. Ein supergroßen King-Sides-Bett hier, gegenüber direkt ein großer Flachbildschirm. Hier dann der Schreibtisch, kleine Sitzgelegenheit, dann ein schöner Balkon. Auch mit diesem sagenhaften Blick rüber auf die Palme und mit Blick auf das Hotel Atlantis. Und hier geht es dann ins Bad, beziehungsweise zwischen Bad und Zimmer ist dann erstmal begehbarer Kleiderschrank mit Safe. Und dann geht es hier ins Bad, schön luxuriös eingerichtet. Mit begehbarer Dusche, Toilette und BD hier hinten extra und einer schönen großen Badewanne. Das war jetzt das Standardzimmer im Westin in Dubai. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, einfach unten auf Gefällt mir für unseren Kanal drücken. Und dann werdet ihr weitere Urlaubsvideos, beziehungsweise Hotelvideos von uns vom Reisebüro Feller sehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.